Danke, hören wir wenig. Antenne MV. Ones Überraschung. Hallo, wir sind heute in Waren. Bei mir ist die Katrin, 49 Jahre. Katrin, du hast selber mal Essen von der Tafel bekommen. Du hast selber bei der Tafel ehrenamtlich gearbeitet. Jetzt hast du uns die Tafel hier in Waren als Held des Alltags vorgeschlagen. Warum? Weil die dafür sorgen, dass Leute, die wenig oder nichts haben, was zu essen bekommen, um den Alltag so verbringen zu können, leben zu können davon praktisch. Das ist nicht viel, aber die Kleinigkeit hilft ihm doll weiter. Das klingt erst mal plausibel für mich. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir da jemanden überrascht kriegen und man dickes Danke loswerden kann. Hallo, sind Sie hier der Vorsitzende der Tafel? Ich arbeite hier. Ehrenamtlich? Ja. Und Sie sorgen dafür, dass hier Menschen, die quasi Essen bekommen, denen es nicht so gut geht? Das ist richtig. Ich bin XXL Morgenmann, Oni Schlebusch vom Radio, von Antenne MV. Und wir sagen gerade den Helden des Alltags Dankeschön, das sind Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, damit es anderen besser geht. Gerne. Dafür sind wir da und stehen auch jeden Tag unsere Frau und unser Mann. Ich bin erst mal überrascht. Wirklich. Und ich freue mich. Ja, wir haben hier, ja, ist ja so, kommt mal ein bisschen zusammen. Ohne diesen Leuten ist ja alles bekannt, würde hier nichts laufen. Also diese Aufmerksamkeit von Ihnen, muss ich sagen, wunderbar. Und dafür gibt es von uns, von Antenne MV, das Dicke-Danke-Stellvertretende für Mecklenburg-Vorpommern und noch ein bisschen was in die Kasse, weil ihr euch ja von Spenden finanziert, gibt es noch 1000 Euro. Dankeschön. Da guckst du, ne? Ja, ich bin fach, 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 sprachlos. Ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll. Mit, macht seid ihr so, kann ich nur sagen. Das ist eine sehr große Anerkennung, da müssen wir wirklich mal so sagen. Ich sage, vielen Dank ist sehr wenig und jetzt kommt, Mensch, ja, das gaut. Das gaut. Onnis Überraschung bei Antenne MV. XXL Morgenmann Onni Schlebusch überrascht die Helden des Alltags. Auch morgen wieder, kurz nach sieben.